So. Ein Headset war gerade haben ja... fast... Hurra! O жизah! Nächste Level, Rotation der Luftstationen, was? Okay. Das sieht verwirrend aus. Was soll das? Ja. Und weiter. Los, schieß einen rüber. Hier bin ich. Nein. Ich kam nicht schnell genug weg. Okay. Gut. Warum bringt mir das aber rein gar nichts? Ha. Blöden Pflanzen weg. Was kann ich jetzt hiermit erreichen? Nix. Hier schon. Ich bin wäst. Dann oder? Dann habe ich das... Ich mache den Rechten. Was ist die Ausgangssituation? Das muss ja so die andere Seite nochmal verändern. Hm. 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 Ha. Strike. Ich musste kurz etwas ruhig sein. Ich musste mich kurz anzupieren bei dem Level. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Finde ich. Kein Schaden. Wow. 1001 Edelsteine haben wir schon. Und das Buch ist fast 10. Mission rettet den Käpt'n. Hm. Hm. Kampf auf den Turmspitzen. 75 Steine brauchen wir schon für das Level. Und ich schätze es wird wieder ein Boss. Wenn ich nicht mehr das Buch so angucke. Diesmal mit Turtet. Hm. Hm. Wie ist Turtet süß. Oh. Doch. Da hinten können wir schon sehen, wo sich das alles abspielen wird. FIRE! Pff. BTF. So, jetzt habe ich ein Power-Ding zu wenigstens besiegt, schon. Guck mal, haben wir hier irgendwas... da haben wir ein. Genau, da komme ich jetzt sogar hin. Ja. Gut, dass ich diesen Feuer blow. Oh, ich habe hier alles gesehen. Oh. Ah, ich musste sie immer alle besiegen. Ha. Oh, die Musik ist cool hier. Ach. Töde-löde. Töde-löde. Oh. Wow! Was kam? Ah, ich versteh. Ah, die sind über Kreuz miteinander verbunden, okay. Ha, jetzt treffe ich aber einen. Müsste das Loch sein, wenn er rechtzeitig ankommt. Ha! Strike! Irgendwo hier vielleicht... Nee, nix drin. Echt, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nix ist. Hm, na gut. Wow, da ist ein riesiger Wolkenpalast. Wir gehen jetzt von Palast zu Palast und... Hallo! So ein lesender Tod und ein... Okay. Aber warte, hier ist doch noch irgendwas. Tada! Hier ist der zweite. Wow, den kann man echt gut übersehen hier. Nicht schlecht platziert. Ab zum Haupttauben! Oh, Lottauben! Seht mal! Da! Kleine Täubchen! Oh, wie süß! Hallo! Ich kann die Kamera gerade überhaupt nicht bewegen, okay? Was ist das? Warum ist das hier so eine Beladerung? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das hier? Ich suche ja immer noch den einen Edelstein, also Also kriege ich hier ganz viele Münzen Und da ist auch der Stein, ne? Siehste, den kann ich sogar auch so treffen Was war das für ein großer Guga-Tournee? So ein Riese, ne? Ist das da oben? Ein extra neben, wie cool So ein Riese, das ist ein Riese, das ist ein Riese. Was ist das für ein Riese? Was soll denn das? Nicht, Tord, halt dich irgendwie fest. Du hast doch bestimmt so ein Enterhaken sein oder so, beide. Fortsetzung folgt. Ach nö, der arme Toddy hat schon wieder seine Freunde verloren. Todette hatte jetzt gar keinen Bossfight, nur eine Challenge quasi. Episode 3 ist nun verfügbar. Und weiter geht's. Lasst uns nur mit der Episode 3 beginnen. Was ist mit Tord passiert? Oh. Stimmt, der ist hier runtergefallen. Oh, warte, 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 warte. Da hinten ist die Leiter. Ein ganz komisches Level hier. Wir spielen wieder mit Captain Todd, der wieder seine Freundin sucht. Oh nein, der hat schon zwei Sterne. Und seine Freundin. Nein. Wir retten dich. Fiese Vogel. Willkommen zu Episode 3. Captain Todd, Treasure Tracker. Wo bist du, Todant? Oh, gleich vier Level. Freingeschaltet. Walzen Inferno. Oh, das sieht nach diesem Feuer-Tierchen aus. Schauen wir mal. Oh ja. Und, lass mich raten, wir kommen hier nicht rüber. Genau. Oh ja. Hey. Ach so, ich muss da hoch. Ach du schon. Yum, 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 yum. Wir haben Hunger, glaube ich. Okay, hier kann ich hier rüber ein bisschen Kohlen absahen. Wo muss ich jetzt... Oh. Oha. Das war Zufall. Warte, war da ist da eine Höhle? Ja, eine Höhle. Können wir da rausfallen? Nein, aber ich muss hier hin. Für den ersten Edelstein. Das ist super. Warte, da kommt doch bestimmt so ein Vieh rein. Ja, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja. Wo muss ich als nächstes hin? Ich muss irgendwie auf die untere Etage für den gehen. Alles ist One-Hit hier. Oh, da muss ich hin. Okay. Geschafft. Wo geht's jetzt hin? Hier, komm. Ich muss bestimmt da rüber. Zu dem Pusterhäu. Aber erst warte ich, bis der nächste... ...Lava-Typ da ist. Und dann geh' ich nochmal hin. Ich muss erstmal gucken, auf welch genau... ...welche Plattform ich hin muss. Die da. Au! Ich stand zu nah dran. Ich warte, ich warte. Ich warte, ich bin nur ein kleiner Ton. Na 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 na. Ich hab' ne Taschenlampe. So. Hey, schneller. Oh, das war knapp. Da da da. Da 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 da. Na na na. Ich verstehe leider nicht, was am Ende mal sagt. Katapultflug über den Magma-See. Sind wir in der Bowser-Welt gelandet, oder wie? Wann alles so lava-lastig? Okay. Oh. Gewichte. Äh. Wie soll ich denn das jetzt machen? Okay. Wir spieren also Katapult. Hab' ich hier was zu entdrücken? Ich seh' gerade so wenig. Aber Zoom nützt mir auch nicht viel. Guck der... Kameraansicht. Ah, okay. Ihr seid's wieder. Well. So, mal gucken. Von hier komm' ich eigentlich anders. Mal, Alter. Oh, da versteckt sich ja noch ein Steinchen. Wow. Oh, ich dachte erst, ich werde zerquetscht. Oh, okay. Hm. Woho! Hm. Kann ich hier runter? Hm. Kann ich hier runter? und das so machen sollte das weiß ich nicht sollte man ein stück weiter man kommt und konnte leider alle besiegt und den stern schönes blaues feuer man kann es auch schaffen ohne ein speich zu besiegen bieten die blöcke in den stern